Jedenfalls, Chat, vielen Dank an Chris. Ganz dickes Herz in den Chat für Chris. Der hat mir nämlich die Perücke bestellt. Ohne ihn könnte ich heute nicht so fabulös aussehen. So. Wirklich der Fetisch wahrscheinlich, oder? So. Ich habe Haare im Auge. Ist falsch, oder? Ich kann doch so nicht streamen. Wie lang ist das? So wie als würde Blaisk da oben so auf so einem Balkon sitzen. Hey Blaisk! Ja, hallo, ich bin you. Was ist das denn? Was macht man damit? Oh. Oh Gott. Okay. Jetzt geht's ab. Wuh. Okay. Okay. Bye.